Ich kau lieber Kaugummi. Meistens jedenfalls, nur dann hab ich von diesen Eintrittskarten gehört und bin zwischendurch auf Schokolade umgestiegen. Ich bin Junior-Weltmeisterin im Kaugummi-Kauen. Den Kaugummi, den ich momentan kau, bearbeite ich schon drei Monate. Ohne eine einzige Unterbrechung. Und das ist ein Rekord. Da steht, es gibt für ein Kind noch irgendeinen ganz besonderen Preis, was besseres als die anderen kriegen. Mir ist egal, wer die anderen für sind. Dieses Kind werde nämlich ich sein.